Zitrone Zitrone, deren Heimat Asien ist, kommt auf unsere Tische, indem sie die nützlichen Bestandteile des Bodens sammelt und seit der Antike für medizinische Zwecke verwendet wird. Diese Frucht, die unserem Körper bei regelmäßigem Verzehr unglaubliche Vorteile bietet, ist ein Heilmittel für viele Krankheiten. Was sind die Vorteile von Zitrone, wann und wie viel sollte konsumiert werden? Lassen Sie es uns gemeinsam untersuchen. Sie können unseren Kanal kostenlos abonnieren, bevor Sie zu den Vorteilen übergehen. Wir sind hier mit einem neuen informativen Video jeden Tag. Was sind die Vorteile des Verzehrs einer halben Zitrone pro Tag? Mit ihrer antioxidativen und entzündungshemmenden Wirkung reinigt die Zitrone das gesamte Verdauungssystem von Giftstoffen und Bakterien. Allicin-Verbindungen in seinem Inhalt haben tödliche Eigenschaften gegen alle pathogenen Mikroorganismen und Parasiten im Verdauungssystem. Pektin, einer der Hauptbestandteile der Zitrone, ist ein löslicher Ballaststoff. Diese Faser ernährt die nützlichen Bakterien im Darm und erhöht ihre Anzahl. Dies verbessert alle Verdauungsaktivitäten und übernimmt sehr wichtige Aufgaben für die Erhaltung des Darmgewebes. Die Säuren im Zitronensaft helfen dem Körper, Nährstoffe aus der Nahrung mit besserer Qualität aufzunehmen. Es reduziert das Risiko von Verdauungsproblemen wie Blähungen, indem es die Produktion von Hydrauliksäure im Verdauungssystem unterstützt. Darüber hinaus die Verbindung Hespardin und Flavonoide in der Zitrone verhindern die Plackebildung in den Gefäßen und bekämpfen Entzündungen. Reduziert vor allem das Risiko der Bildung von schlechtem Cholesterin. Das enthaltene Kalium hat eine schützende Wirkung vor Herzerkrankungen und Durchblutungsstörungen. Andererseits ist Zitrone ein natürliches Stimulans für die Leber. Es ist auch wirksam bei der Reinigung des Organismus von Giftstoffen, die ihm schaden. Dadurch unterstützt es die Leber und beugt deren Verschleiß vor. Gleichzeitig hilft das in der Zitrone enthaltene Pektin, den Blutzucker auszugleichen und schützt vor Zuckerungleichgewichten. Pektin, direkt unter der Schale der Zitrone gefunden, ist entscheidend für die Regulierung des Glucosespiegels. Insbesondere wirkt es mit Phosphor zusammen und reduziert die Aufnahme von Zucker im Darm. Darüber hinaus ist die Salpetersäure in der Zitrone wirksam bei der Nutzung des Fettgewebes im Körper für den Energiestoffwechsel. Mit seiner Toxinentfernungsfunktion hilft es dem Körper, langfristig fitter zu werden, indem überschüssige Ödeme zwischen Muskel- und Hautgewebe entfernt werden. Andererseits ist Zitrone nicht nur basisch, sondern dank ihres Gehalts an Vitamin C, Magnesium und Kalium auch sehr wichtig für die Knochengesundheit. Vitamin C, auch bekannt als Ascorbinsäure, ist essentiell für die Produktion von Kollagen, das Knochen- und Knorpelschütz. Zitrone reduziert sowohl aktive als auch chronische Schmerzen. Da es Nährstoffe enthält, die zum Schutz von Knochen- und Gelenkgewebe beitragen, ist es gut für viele physiologische Probleme, insbesondere Knochen- und Muskelverletzungen durch Stöße. Zitrone für eine gesündere Gehirnstruktur Neurotoxine können sich im Gehirn ansammeln, die bestimmte Funktionen beeinträchtigen. Zitrone, die einen hohen Gehalt an Antioxidantien hat, bindet schädliche Giftstoffe im Körper und wirft sie aus. Es hat eine entspannende Wirkung auf das Gehirn und das Nervensystem. Auch das hohe Vitamin C in Zitrone spielt eine wichtige Rolle für unser Immunsystem. Dieses Vitamin stimuliert die Produktion weißer Blutkörperchen. Eine Viertel Zitrone kann 15% des täglichen Vitamin C Bedarfs einer Person decken. Die antioxidativen Eigenschaften der Zitrone bekämpfen freie Radikale und stimulieren das körpereigene Abwehrsystem. Die Quercetin-Verbindung direkt unter der Schale verhindert die Ausbreitung von Krebszellen. Also, was sind die Schäden von Zitrone? Zunächst einmal wird Reflug, der oft Sodbrennen und Übelkeit verursacht, durch den Verzehr von säurehaltigen Lebensmitteln ausgelöst. Aus diesem Grund sollten Menschen mit fortgeschrittenen Magensäureproblemen vor dem Verzehr von Zitrone vorsichtig sein. Gleichzeitig werden Zitrusfrüchte heute in der Alternativmedizin zur Herstellung von Medikamenten verwendet. Als solche haben Sie das Potenzial, mit bestimmten Medikamenten zu interagieren. Wenn Sie Medikamente haben, die Sie regelmäßig einnehmen müssen, konsultieren Sie daher Ihren Arzt, bevor Sie Zitrusfrüchte mit hohem Vitamin C-Gehalt verzehren. Wie viel Zitrone sollte also konsumiert werden? Experten geben an, dass das Hinzufügen von Zitrone zu Mahlzeiten, Salaten, Thies und Wasser für unseren Körper unglaublich vorteilhaft ist, insbesondere in Zeiten, in denen unser Immunsystem geschwächt ist. Die ideale Verwendung für diese Vorteile ist eine halbe Zitrone pro Tag in verschiedenen Verzehrbereichen. Im Lichte dieser Informationen können Sie Zitrone in Ihr Ernährungsprogramm aufnehmen und langfristig von Ihren Vorteilen profitieren. Wenn Ihnen unser Video gefällt, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu mögen und zu abonnieren, falls Sie ihn noch nicht abonniert haben. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie informiert. Untertitelung des Zitrone für funk, 2017